In der Umgangssprache ist alles eine Tabelle, was in Zeilen und Spalten daherkommt. Für Word und PowerPoint mag das korrekt sein, aber in Excel müssen Sie zwischen Tabellen und Tabellen im engeren Sinn unterscheiden. Letztere zeichnen sich durch zwei Eigenschaften aus. Erstens, es handelt sich um einen zusammenhängenden Datenbereich ohne leer Zeilen und leer Spalten. Zweitens, jemand hat diesen Datenbereich ausdrücklich zur Tabelle ernannt. Die erste Voraussetzung zusammenhängender Datenbereich erfüllt Sie bereits. Im zweiten Schritt ernennen Sie die Tabelle noch zur Tabelle. So geht's. Klicken Sie irgendwo in die Tabelle und dann auf das Symbol Als Tabelle formatieren. In dieser Liste wählen Sie jetzt die gewünschte Formatvorlage. Excel öffnet jetzt dieses Dialogfenster und markiert den Datenbereich in dem Feld mit der lustigen Überschrift Wo sind die Daten für die Tabelle? Humor haben die Leute, das muss man ihnen lassen. Zusätzlich zur Markierung hat Excel noch dieses Häkchen vor Tabelle hat Überschriften gesetzt. Excel erkennt den Aufbau von Tabellen meist recht zuverlässig. Sollte es einmal irren, korrigieren Sie durch Setzen bzw. Entfernen des Häkchens. Mit einem Klick auf OK passieren mehrere Dinge gleichzeitig. Erstens, Excel formatiert die frisch geborene Tabelle. Zweitens, die Registerkarte Tabellentools erscheint. Drittens, Excel vergibt einen automatischen Namen für die Tabelle. Viertens, Excel aktiviert die Autofilter und blendet die entsprechenden Symbole in den Spaltenüberschriften ein. Zum Schluss noch ein paar Begriffe, die Sie in den folgenden Lernfilmen immer wieder hören werden. Die oberste Zeile mit den Spaltenüberschriften bezeichnet man als Titel- oder Feldnamenzeile. Alle übrigen Zeilen sind sogenannte Datensätze. Zellen heißen Datenfelder. Zellenやって die K späckern, die Sie in die Weltibi zsided werden. Vielen Dank.